auch wenn er das ist er tut das wirklich auch ich sag ich muss völlig ihre sein wir werden sagen dass du dich geoffert hast um uns zu retten ach, wir klipsen den Metal of Honor oder Postmorten, die fehlen viel mehr Postmorten Dixel, denk immer dran, der Radbahn ist mit dir der was, der Adapter? der Adapter der Adapter der Adapter der Pixel ist der Universal Adapter der passt hier rein Hauptsache du hast einen Reisestecker dabei und ist Pixel tot, ich kann nämlich nicht hinsehen das knackst kurz, wenn die Schildgerillen drüber fettes ist oder würde man das Ploppen von dem Gehirn was aus deinem Kopf rauskommt, wenn die rüber fällst Dixel, steck mich mal hinter dir du sch...ja 20 Meter alt? ja kann ich nicht mehr sehen er ist über die Pischung wenn wir den Sidesünder, vermutlich geht es ja drauf aufm Rückweg boah, bist du gemein du kannst ja mal funken, dass er direkt runterlegen soll also runterkrabbeln ja und da soll die Panzerung kriegen wie viel Zentimeter Zündschnur? zwei reichen das ist so filmreich, ganz ehrlich wenn man es sehen würde, ja alle hocken hier warten, bis das Ding da hinten hochgeht und sehen die Patrouille nicht, die von hinten kommt ach, du meinst sie, da vorne ja, ja, die sehe ich, keine Sorge es könnte auch noch jemand nach Westenobtik ich glaube, die sind nett, ich grüße mal einfach wohnes Patrouille jetzt macht die Leute nicht Kürtusai Rick, komm mal näher ran du hast nach rechts keine Deckung, nach Osten ja ja, nein, hier, ja, wird okay dachte nur hohe, ist Mauer, vier Zentimeter hoch genau hey, du hast mal einen Rekord aufgestellt du bist über vier Zentimeter Mauer gesprungen es fängt leicht an zum tröpfeln Setsche liegt, Klecker Astran oh, warte, du bist lecker na, das musste ja so kommen wahrscheinlich hat er dann Funksprüche gehört mit dem nach dem Zeitzender du müsst ihr wieder aufgehen naja, die Zeitzender sind ja auch verändert worden ich weiß nicht das ist nichts für ungeschult ok, kurz während das Kackding explodiert drücken wir auf die Festung vor DNG-Galler gehen Deckung auf was geben wir Deckung? wir schießen auf das, was explodiert oder so ja, ich hätt' gesagt wir machen schönes Flakfeuer in den Himmel ich hab Tracer nein, wir werden uns Deckung geben als jetzt irgendwie wir unter Beschlüsseln ich hab Glim-Munition jeder fünfte Schuss ist bei mir Tracer wir sollen Deckung geben aha, Botti, denkst du ich bin fett? ja ok ich bin ehrlich ich nehme ein Pixel schon? ich bin in Deckung ich bin in Deckung gib mir mal die Erlaubnis zu zünden 10 nicht alles klar du hast die Erlaubnis zu zünden solange du noch lebst von 2 ok, Achtung Fire on the hole yeah alles klar jungs los vorrücken wir haben Giga noch Deckung geben wenn wir an der Mauer oder wenn ihr